Wir sind hier am Ochsenkorb. Ich zeige euch heute die Dammenschrecken. Ich bringe mal einen entspannten, lässigen Run runter. Das erste Mal hier. Das ist ziemlich nice. Oben ziemlich rauf, unten dann schnell und flach. Hier oben noch ein paar richtig enge Kurven. So, echt scheinig. Anbremsen. Hier rein. Zack. Hier. Das sind mit die einzigen Steine, die wirklich rutschig sind hier. Alles andere hat ziemlich guten Grip. Wow. Rapp. Wow. 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 Cool. Wow. 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 Jetzt ist es richtig flach, muss man gut seine Geschwindigkeit mitnehmen. So leicht drüber gappen. Jetzt wird Luft durch, ganz entspannt. Nein, das ist nicht so optimal, aber ich habe noch nichts besseres. Ich kann es nicht so gut sein. Was? Jetzt noch zwei schöne Tabeln. Ein paar Mützzehren. Und das sind wir auch schon. Wieder ganz unten am Lift. Ja, war eine entspannte Run hier am Ochsenkorb. Der Lift hat jetzt auch schon zu mittlerweile. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es taugt. Ein paar Linien wollen noch ein bisschen kacke, aber naja. Weiden wir dran. Peace.